Mal gucken, ob ich auch Schuldige finde. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Meine Rede besteht im Wesentlichen aus drei Teilen. Der erste Teil, die BDA GmbH hat technisch gesehen alles richtig gemacht. Der Geschäftsführer muss gucken, dass sein Laden läuft. Wenn er sieht, es ist weniger Geld da, als ich ausgeben muss, muss er sagen, das und das und das können wir nicht machen. Alles andere wäre eine Missachtung des Jobs eines Geschäftsführers. Er musste einfach sagen, wir können das in 23, können wir das nicht bauen. Punkt 1. Punkt 2, natürlich brauchen wir in Klotze ein Schwimmbad und natürlich brauchen wir dort einen Ersatzneubau, wenn das alte Schwimmbad weggeht. Denn wir haben diese Grundsatzentscheidung schon zigmal in diesem Rat getroffen. BDA Konzept 2006, da war ich noch gar nicht da, war mir jetzt neu, dass es da schon drin stand. Wir haben es in unzähligen Stadtentwicklungskonzepten, wir haben es im BDA Konzept nochmal, wir haben uns um das Grundstück gekümmert und so weiter und so fort. Wir haben es den Menschen in Klotze im Norden tausendmal versprochen und ja, natürlich Sachsenbad oder in der Nähe da irgendwo brauchen wir auch noch ein Schwimmbad. Und natürlich brauchen wir all diese Sachen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wohlfeile Worte allein sind unwürdig. Sie müssen auch sagen, wo dann das Geld herkommt. Und Sie müssen auch dann irgendeinen Vorschlag machen, entweder wir streichen das, das will natürlich keiner, nicht im sozialen, nicht darstreichen, nicht darstreichen. Oder Sie müssen sagen, wo mehr Geld denn zu finden ist. Und da hatte, es ist jetzt wirklich komisch, die Situation erlebe ich ab und zu, dass ich, das ist der kleine Pirat, hier steht von der Dissendentenfraktion, unseren Oberbürgermeister verteidigen muss. Denn in der Tat hatte er einen wunderbaren Finanzierungsvorschlag gehabt für die DVB oder die BDA, also für irgendwas, was bisher von der TWD bezahlt wurde, wo das Geld jetzt nicht mehr reicht und wo wir jetzt mehr Geld brauchen. Und zwar eine vollkommen legitime Einnahmequelle, nämlich Parkgebühren ausweiten oder erhöhen oder sozusagen die Parkbereiche weitermachen. Oder anders gesprochen, 70.000 Euro SUVs endlich mal ein bisschen zu bezahlen zu lassen, ungefähr 100 Euro oder sowas im Jahr, 10 Euro im Monat, damit sie nicht mehr umsonst in der Gegend rumstehen dürfen. Wir subventionieren nicht mehr die Autos, sondern wir subventionieren sowas wie Schwimmen mit Kindern. So, jetzt überlegen Sie sich, was ist denn lieber, was haben wir denn lieber? Kinder, die nicht schwimmen können oder Kinder, die ewig mit dem Bus irgendwo zu einer anderen Schwimmballe müssen oder halt 100 Euro für ein Auto, was sowieso schon 70.000 Euro kostet. So, das hat dieser großartige Stadter, das hat nicht die BDA GmbH verkackt, das hat nicht irgendwie der Oberbürgermeister verkackt, das war sein verdammter Vorschlag gewesen. So, das haben auch nicht die Dissidenten verkackt, weil wir haben einen Vorschlag, der noch darüber hinausgeht. Das hat die wunderbare Haushaltskoalition aus Linken, SPD, Grünen, CDU und ich glaube, die FDP war auch dabei, haben das sozusagen, diese Einnahmequelle. Und wir reden hier, Größenordnung, 20 Millionen pro Jahr, 40 in 2, 60 in 3, 80 in 4. Ja, das ist ein riesiges Volumen, was dieser Stadtrat nicht nur ablehnt, er will es nicht, er schmeißt es in die Ecke, er schmeißt es weg. So, und jetzt, das hast du, bevor Sie jetzt auf mich einschlagen, ich finde Ihr Vorschlag ja gar nicht so schlecht. Ja, vielleicht hat die BDA GmbH, dieses Konstrukt sich jetzt ein bisschen in der Zeit geirrt, vielleicht wäre es Zeit, es wieder zurückzuholen in die städtischen Arme. Ja, dann müssen wir aber in die städtischen Arme, müssen dann auch 16, 20 Millionen im Jahr geben. So, und diese 16 bis 20 Millionen Größenordnung ist das, was wir über die Parkbehörden wegschmeißen, was wir nicht wollen und so weiter und so fort. Und wenn wir das machten, Herr Zasso, ich finde das übrigens jetzt, je mehr ich drüber nachdenke, umso schöner finde ich die Idee, wenn wir das machten, die städtische BDA GmbH aufzulösen und die BDA wieder in die Stadt zu geben, dann ist die TWD natürlich mit einem größeren Volumen in der Lage, die DVB zu unterstützen. Dann können wir morgen Streik, dann können wir auch endlich mal die DVB-Beschäftigten richtig bezahlen, dann können wir den ÖPNV ausbauen, dann können wir Takt verdichten, dann können wir die Mobilwelt ausbauen, dann können wir all die schönen Sachen machen, die wir eigentlich machen wollten. Aber, das Grundproblematik ist, wenn Sie hier hinstellen und sagen, ich möchte gerne ein Schwimmbad, dann müssen Sie auch sagen, wo kommt denn die Kohle her. Es kann sein, dass es andere Vorschläge gibt, aber ich habe jetzt einen gemacht, ich bin mal sehr gespannt, es soll ja noch Anträge geben, was für Vorschläge denn aus den Reihen dieses Hohen Hauses hier kommt. Dankeschön. Dankeschön.